Ein wunderschönen Newton Hallo Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Starship Troopers Extermination. Die letzte Folge lief ja eigentlich ganz gut und wir hoffen, dass wir dieses auch wieder fortsetzen können. Zudem hoffe ich, euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So, dann wollen wir mal gucken hier. Na ja, Monotone habe ich da noch. Macht keinen Sinn, ich bin mit meinem Hunter unterwegs. Der macht Spaß, der ist flink unterwegs. Na, mal gucken, ob wir denen gut helfen können. Ah, das sehe ich jetzt so schnell nicht kommen. Ah, schade. Ich hatte, ich hatte, ich habe gelade. Leider nicht. Na komm. Ja, ein bisschen was kann ich ja ab. Ui. Aua. Was war denn das? Oh. Dann wollen wir mal wieder ein paar Backschnitzel wieder. Schon wieder ein paar Tage, ja. Ich sollte mich mal ein bisschen orientieren. Wo muss ich eigentlich hin? Ich renne ganz woanders hin. Ach, das ist wieder so typisch ich. Ja, das hat nicht funktioniert. Ja. Dieses Abfangen, was ich gerne mal versuche. Funktioniert nicht so. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Geht aber schon los, du. Ui. Ui. Ui, ui, ui. Ui. Oh, danke. Ui, ui. Ui. Ganz allein, dann sollte man hier, äh, definitiv nicht rumrennen. Wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Alleine gegen so einen Tiger Bug ist keine gute Idee. Sag ich gleich. Das ist doof. Das geht meistens in die Hose. Ja, und die da... Was haben die da hinten machen? Haben die etwa... Ich glaube, sie würden das hier alleine schaffen. Na, das ist... Oh, wow. Oha. Ich geh doch mal rein in den Bunker hier. Ach. Mann, bin die doof. Ah, den haben wir. Oh, jetzt kommen gleich noch ein paar. Alles klar, gehen nach. Stimmt. Gehen wir mal dahinter und machen ein bisschen Reparieren. Ähm. Dann mich... So ein bisschen... Ein bisschen weit von der Trubbe. Das ist geil. Hey. Hör auf. Hast du gedacht, hä? Hast du gedacht, Junge? So einfach kriegst du mich noch nicht. Na, kommt ihr jetzt auch mal nach oder so? Nur so eine Idee. Warte. Mobile Headquarter. Ja, wir... Äh, ja. Ich bin auf dem Weg. Kommt ihr jetzt mal? Ihr habt irgendwie so gar keinen Bock. Kann das sein? Oder... Na gut. Mache ich den Scheiß halt alleine. Nee, doch wurscht. Hier wird schon nachkommen. Gut, wenigstens einer. Oh, jetzt sind wir schon zu dritt. Na, sehr schön. Hör auf. Hör auf. Nein, ich würde nicht... Nein, das war falsch. Oh nein. Das war doch. Hier ist auch korrekt, oder? Ja. So, schön, schön, schön. ähm, nam 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 nam, nam 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 äh, ich würde da hier persönlich noch so ein kleines Törchen dazwischen hauen, ja, das äh wenn es funktionieren würde nein, tut es nicht tut es nicht gut, dann machen wir das mal so rum so, und so machen wir das nämlich so und flanschen ein Tor davor und flanschen ein Tor davor, ey so, warte, komm Türchen, genau weil die Leute, die hier respawnen die wollen bestimmt ich bin mir da fast ganz sicher dass die da bestimmt auch gerne gerne auch rauskommen möchten ach ja, das gute alte Basenbaum bevor die ganze große Action losgeht oh, noch 10 Sekunden oh man das ist jetzt natürlich das geht so, Kinder Munition hole ich mir ja gleich nochmal nach weil was ich habe, habe ich und was ich nicht habe, brauche ich nicht äh, ach ne, das macht keinen Sinn und hat uns vorher nicht erreicht na, weil ey, ey, ey aua, aua, ha wie sie, genau deswegen mache ich eine zweite Verteidigungslinie okay, ähm ihr gebt mir Deckung und ich versuche hier ein bisschen Weparinski zu machen so und das geht das kann man lassen ach schon die nächsten wieder na ja, da habe ich jetzt kein großes Gerät wir bräuchten hier mal ein bisschen oah äh, der hat mich böse erwischt irgendwie habe ich das Gefühl das läuft gerade super optimal ja, was ist denn hier los das hat doch so schön angefangen na man wenn mir nicht gleich irgendwer in der Hilfe na ja da hat jemand schon ein Heilbeacon auch bestellt na irgendwie habe ich so das Gefühl na ja guck mal hier die haben nicht dran gedacht vielleicht auch mal den Mann geschütz hinzustellen und Automatikgeschütz na ja jetzt jetzt hat das ja na na ne ich äh batterien bilder vorne kann er ja wo irgendwie das hat er irgendwie der wundern wird mal jemand hier vielleicht reparieren oder so wenn du nicht alles selber machst dann versuche ich es halt vielleicht was machen die alle also reparieren tun die nicht mich halt einfach ein bisschen sicherer wenn die basis mauern intakt sind aber naja was weiß ich denn schon er braucht schon basis mauern das war alles überschätzt hier oh man das war ein migos ging jetzt auch nicht so gut guck mal hier und da der bunker hier na gut der art ist wenigstens gleich fertig na da bringen sie wieder durch was war das jetzt von mir alles klar oh guck mal da hinten braucht jemand ein bisschen heilung wo ist er denn hier ist er das ist ganz sneaky hinter euch haha wo okay in die richtung müssen wir alles klar jetzt jetzt heißt es wieder ab zum dropship äh das wäre ne klassiker ich habe zu spät gemerkt dass da noch ein buddy irgendwie unterstützung braucht ich stehe hier nochmal was hin da haben wir alle was von oh oh guck mal da unten braucht jemand Hilfe ah da ist schon einer gewesen aber und 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 Ja, da sind auch schon alle weg, ja? Okay. Äh, das ist enge, aber eng kann ja auch gemütlich sein, ne? Wie? Ja, war nerdi, damit wir in den ganzen Nebel hier überhaupt mal sehen, was da los ist. Äh. Ne, Kumpel, eigentlich kommen wir nicht ran. Warum stottert die Waffe eigentlich so? Sind wir noch nicht gewohnt? Na komm, lass. Lass nach Hause gehen, gehen da. Das bringt doch so nix. Komm. Naja, immer noch die letzten Punkte abstauben. Aber wenn du auf Maximum Level bist, dann juckt es eh nicht. Mal wieder, so ist das schön. So, macht das Spaß. Naja, zwölf haben es geschafft. Zwölf von sechzehn. Naja. Ist ja schon mal was. Okay, Freunde. Dann sag ich mal vielen Dank, dass ihr wieder... Oh, ein Björn. Äh. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao. 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 Ciao.